Der Krieg in der Ukraine ist seit fast einem Monat nun auch für die Moskauer ganz nah. Männer werden direkt von der russischen Armee vom Arbeitsplatz abgeholt. Land auf Land ab klagen Frauen mit kleinen Kindern in den Foren der Behörden oder in sozialen Netzwerken. Die Ernährer der Familie würden nun wegfallen. Sie wissen nicht, wie sie nun über die Runden kommen sollen, opfern oft ihr letztes Geld, um das Nötigste für den Einsatz an der Front zu kaufen. Schutzwesten etwa sind begehrt, aber kaum noch zu bekommen oder zu bezahlen. Frauen erzählen, dass sie vom Ersparten ihren Männern Rucksäcke, Medikamente, Thermounterwäsche und warme Socken kaufen. In oft geteilten Videos im Internet sieht man eine Gruppe von Männern. Ein Redner appelliert an die Behörden, etwas zu tun, damit Kredite nicht fällig gestellt werden. Ein andermal steht eine Gruppe an einem Zug der russischen Staatsbahn. Die Männer schimpfen, es gebe keine Marschverpflegung. Wieder eine andere Gruppe muss sich von einer Frau in Uniform anhören. Die Männer sollten Tampons mitnehmen, um damit Schusswunden zu versorgen. Auch erste Hilfesets sind nämlich Mangelware. Die Reservisten klagen auch, es gebe teils nicht einmal einen Helm oder eine Waffe. Die Unruhe ist so groß, dass sich in Russland längst auch Gouverneure und Parlamentsabgeordnete wegen der Probleme bei der Mobilmachung einschalten. Entsetzt äußerte sich etwa der Duma-Abgeordnete Andrei Guruljow. Anderthalb Millionen Sätze persönlicher Ausrüstung seien verschwunden und niemand erkläre wieso, sagt er. Kreml-Chef Wladimir Putin hat zwar den für die Ausrüstung der Streitkräfte zuständigen Vize-Verteidigungsminister gefeuert, Guruljow beklagt aber, dass damit nicht geklärt sei, warum die Einberufenen nicht einmal Uniformen bekommen. Gouverneure kaufen inzwischen am Budget des Verteidigungsministeriums vorbei, teils selbst Ferngläser und Nachtsichtgeräte für die Einberufenen. Der prominente Abgeordnete Leonid Sluski donnerte, es ist eine Schande. Manchmal fehlten sogar Munition und Waffen. Zudem klagen Einberufene, deren Aussicht gestellte, wer sollt, je nach Region zwischen 100.000 und 300.000 Rubel, kommen nicht oder spät. Während Hunderttausende auch außer Landes geflohen sind, fügen sich viele andere ihrem Schicksal. Es gibt Russen, die entschlossen für Putins Ziele kämpfen in der Ukraine. Aber viele dienen nur, weil sie Flucht oder den Gang ins Gefängnis nicht für Alternativen halten. Immer wieder hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die russischen Einberufenen aufgefordert, sich nicht als Kanonenfutter für Putin zu opfern. Sie sollten sich an der Front ergeben und freiwillig in Gefangenschaft gehen. In Russland lähmt indes die Angst viele, viele trauen sich kaum noch auf die Straße. Die in Russland vielerorts eingesetzte Wiederüberwachung soll laut Behörden jetzt auch helfen, Kriegsdienstverweigerer zu finden. In der Hauptstadt Moskau fällt auf, dass die Straßen, Restaurants und Fitnessclubs leerer sind als vor der Teilmobilmachung, wie das öffentliche Leben insgesamt. Dabei mehren sich inzwischen auch Meldungen, dass viele Einberufene kaum an der Front ankamen, und nun schon unter der Erde sind. Die ersten Rekruten kommen schon ins Sergenheim. Auch nach fast acht Monaten Krieg macht Putin indes keine Anstalten, das schreckliche Blutvergießen zu beenden. Putin wurde zuletzt gefragt, ob er bedaure, die in Russland offiziell noch immer so bezeichnete Spezialoperation in der Ukraine begonnen zu haben. Aber Reue erwartete dann niemand von ihm. Was heute passiere, sei zwar wenig angenehm, wie er sagt, wäre aber später nur noch schlimmer gekommen. Also seien seine Handlungen richtig und angemessen.